Lass uns gleich klingeln. Es hat so oft geklingelt. Oh, und da ist es auch schon soweit. Mensch, super. Herzlich willkommen. Hier spricht die Sandra. Wer ist am Telefon? Hallo, ist der Hans? Hans? Ja. Mensch, schön, dass Sie dabei sind. Hans, woher rufen Sie an? Code Asberg. Achberg? Asberg. Asberg. Schön, dass Sie dabei sind. Hans, Ihre Lösung hätte ich jetzt gern. Den Bär. Den Bär? E-A-I-L. Also Bär mit Ä hätte ja dann nur drei Buchstaben und mit A und E geht es natürlich auch nicht, weil wir ja natürlich schon A an der Stelle vom Ball hatten. Da liegen jetzt 300 Euro drin und es passiert sowas. Komm, noch mal eine ganz schnelle Runde. Es hat gerade so schnell geklingelt. Ich hoffe, es klingelt genauso schnell wieder. 3, 2, 1, ab. Jetzt können Sie wieder ganz schnell anrufen. Und der kann gar nicht mehr reinfahren. Da liegen ja schon knapp 400 Euro drin, ja? Oh Gott. Wer stoppt bitte jetzt das Geldband, meine Damen und Herren? Sie können bitte. Und es klingelt. Ich werde verrückt. Herzlich willkommen. Hier spricht die Sandra. Wer ist denn dort am Telefon? Servus, das ist der Günther. Günther! Mensch, schön, dass Sie dabei sind. Günther, welche Lösung wird gesucht? Brav. Wie bitte? Brav. Brav. B-R-A-V und das ist brav. Wie? Oh, nein. Das A von blau. Kaka de la Baca. Was machen wir jetzt? Wir wissen immer wieder, wie enorm schwierig dieses Spiel ist. Volle Konzentration. Es gibt immer und immer wieder Seppa O. Ich erzähle gleich weiter. Herzlich willkommen. Hier ist Sandra Arabian. Wer ist am Telefon? Hallo? Hallo? Drei? Zwei? Eins? Aufgelegt. Ich möchte es lösen. Komm, ganz schnell nochmal. Drei, zwei, eins. Wir starten nochmal eine Runde. Bitte. Jetzt ruft mich erst hier der liebe Kollege Günther an und sagt, was sagt er zu mir? Ja. Brav, ja. Ja, und dann, äh, dann jetzt in der Auflege. Also so kann es nicht weitergehen. Wenn man da nicht ankommt, dann können wir sofort was anderes spielen. Man verlösser. Lott. Das ist ein bisschen ein erklärungsintensiveres Spiel. Also bitte, konzentrieren Sie sich erstmal darauf, ein Wort zu finden, welches mit W beginnt und vier Buchstaben hat. Und es klingelt wirklich, ich sag ja, es klingelt am laufenden Band. Das Durchkommen dürfte nicht das Problem sein. Herzlich willkommen. Hier spricht Sandra Arabian. Wer ist denn dort am Telefon? Servus, der ist der Peter. Peter. Herzlich willkommen. Ganz schnell. Ihre Lösung. Büro. Wie bitte? Können Sie es nochmal sagen? Büro. Büro. Da gab es mal so eine ganz coole Serie in den 80ern. Büro, Büro auf den Öffentlich-Rechtlichen. Aber Büro, meine Damen und Herren, geht leider nicht wegen dem R von Berg. Kaka de la Baca, Mama mia, Ragazzi, was ist denn da los heute? Wer? Oh, und der Kack. Halleluja, da klingelt es schon wieder. Herzlich willkommen, Jodler. Hier spricht die Sandra von Manningstplatz. Wer ist denn dort am Telefon? Hallo? Drei? Zwei? Eins? So, also zum einen zählt auf, legen wir, und des Weiteren muss ich jetzt mal ganz kurz, warten Sie mal kurz, Musik aus, alles aus. Ich muss mal kurz mit meinem Producer Lotti Rücksprache halten. Lotti, ja? Warte, es müsste wirklich jeden Moment klingeln, wenn da jemand in mir so ein Wort. Oh, und es klingelt, ich sag ja, es klingelt am laufenden Band. Das kann nicht das Problem sein. Herzlich willkommen, hier spricht die Sandra Rabian. Wer ist am Telefon? Guten Abend, da ist der Hannes. Hannes, Mensch, Sie hören sich ja nett an. Sind Sie über 18? Ja, klar bin ich über 18. Ja, das freut mich. Hannes, wie alt sind wir denn? 24. Gut, Ihre Lösung bitte? Das Bild. Wie bitte? Das Bild. B-I-L-D, Hannes? Ja? Ja. Ja. Und wie, 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 wie erklärt sich das mit dem L von Ball? Wir haben bereits an Stelle Nummer 3 ein L bei Ball. Regie, hört mir mal zu. Lieber Lotti, das ist mein Producer übrigens. Meine Damen und Herren, äh, liebe Regie, wir spielen ja dieses Spiel sehr oft, nahezu täglich. Haben wir es gestern auch gespielt? Ich weiß es nicht. Ich war ja gestern nicht da. Ich lag ja im Bett. Ähm, und hab geschlafen. Ähm, ist St. Pauli eigentlich eine gute Mannschaft? Hier bitte. Oh, und da klingelt es. Halleluja, herzlich willkommen. Hier spricht Sandra Harabian. Wer ist denn dort am Telefon? Hallo? Drama, Drama, Drama. Oh, das habe ich mir heute auch noch angeschaut. Wie bitte was? Hm? Gleich nochmal. Okay, 3, 2, 1. Es geht alles nur noch auf deine Kappe, Lotti. Ich bin wirklich, sobald wir hier eine Lösung haben, sage ich dir, bin ich fertig mit den Nerven. Und dann spiele ich was locker, lässig, leichtes, luftiges. Dann möchte ich irgendwie so, so ganz leichte Sachen wie Tiere ohne A, E, I. Oder hören, meine Damen und Herren, was ich so höre. Hört man das? Hören Sie das? Hey, mit Männern zusammenzuarbeiten, ja? Also, ich meine, da kocht man keine Fahne mehr. Da muss man ja Arbeitskundigenat. Ja? Es ist wirklich eine Frechheit. Oh, Tanne-Zäpfle, Tanne-Zäpfle. Ui, es klingelt. Herzlich willkommen hier, Sandra Arabian von Money Express. Wer ist am Telefon? Hallo, hier ist der Pascal. Pascal, wie alt bist du denn, mein Süßer? Ich bin 23. 23. Ganz schnell deine Lösung, bitte. Bier. Pascal, ich darf dir zu 6.335 Euro gratulieren. Das hast du ja wirklich perfekt gemacht. Äh, Pascal? Ja? Hast du schon mal mitgespielt bei uns? Nee, noch nicht, das erste Mal. Erstmal. Bleib am Telefon, herzlichen Glückwunsch, sage ich dir. Einen anderen wünsche ich jetzt eine gute Nacht. Träumen Sie vielleicht von einem kühlen Blonden. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder in den nächsten Tagen. Tschüss.